Was? Ja, jetzt kommt die Frage. Was guckt ihr euch denn beim Lernsender an? Ja, da gibt es also eine ganze Menge, was man angucken kann. Kann, aber es auch macht. Man kann wirklich alles angucken. Ja, man kann wirklich alles, aber man müsste es auch machen. Also, ich kann da nur persönlich antworten. Ich persönlich, ich gucke mir also ganz gerne so ein Format an, das heißt der Bundesmoderator. Ach, das ist auch ein gutes Format, da habe ich auch schon von gehört. Ja, 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 den habe ich neulich mal gesehen, der hat ja so einen Pornostar interviewt, die Dolly Buster. Der war cool, ja. Ja, Bundesmoderator, die haben sich an coolen Lists, haben die bei sich regelrecht übertroffen, ja, ja. Gut. Ja, muss ich sagen, ja, ja, man kann reingucken, hat einen hohen Unterhaltungswert. Ist für die Tagespolitik nicht unbedingt notwendig, sich sowas anzuschauen, aber wenn man sich gerne ein bisschen unterhalten möchte oder wenn man gerne auch mal ein bisschen lustig sein will, guckt man sich den Bundesmoderator an. Oder die Seltzerfenster. Oder Seltzerfenster. Aber nur mit Alkohol, dann wäre die Lustig sein Lob.